Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, was die unbekannte Funktion von diesem Tintenkiller ist. Das kann man natürlich auch auf alle anderen Tintenkiller anwenden, nur so am Rande. Ja, also der normale Tintenkiller kann ja schreiben, fokussier mal, ja danke, und killern. Und was die weitere, weitaus krassere Funktion ist, werde ich euch jetzt zeigen. Ja, also für die weitere Funktion müssen wir uns außerhalb des häuslichen Schutzes begeben. Wir müssen nach draußen gehen. Und hier trifft man die ein oder andere Pflanze. In dem Fall ist es eine Palme. Und dann müsst ihr halt den Tintenkiller in die Erde von der Palme stecken. Jetzt habt ihr den Tintenkiller gepflanzt. Und bereits nach wenigen Monaten sollte daraus der Tintenkillerbaum werden, der dann weitere Tintenkiller am Baum hat, die ihr dann ernten könnt. Und so gehen euch die Tintenkiller garantiert niemals aus. Solltet ihr mir nicht glauben, in der Beschreibung sind zahlreiche Studien dazu markiert, verlinkt. Und ja, das war's dann. Ciao.